Herzlich willkommen zu einem weiteren Meditationsabend und heute geht es um die weibliche Seite, um die Gefühle, um das Passiv werden können. Wir haben ja dann beim letzten Mal mit der männlichen Seite begonnen, dem aktiven Prinzip, dass sich selber durchsetzen, nach vorne gehen, Ziele setzen und heute wollen wir mal auf die weibliche, auf die innere Frau, auf die emotionale Seite schauen. Und es ist ja egal, ob du Mann bist oder Frau, jeder von uns ist 50-50. So kann man sich das vorstellen. Wir sind 50% Vater, 50% Mutter. Das heißt, wir sind aus Mann und Frau geschaffen und wir haben wieder Mann und Frau in uns. Das heißt, man kann nicht nur aktiv sein, man muss auch mal passiv sein. Und wie man dann mit diesen Energien auch umgeht, wie man die ausbalanciert, denke ich, ist ganz wichtig, weil wir ja trotzdem in einer eher männlich dominierten Gesellschaft leben. Nicht jetzt, weil die Männer die Macht haben oder so, sondern weil es einfach darum geht, dass dieses Zielstrebige, dieses Schnelle, dieses Ziele setzen ja ganz lange sehr dominant war. Was man ja jetzt merkt, dass das wieder zurückgeschraubt wird, wo Work-Life-Balance, wo das Sich-Wohlfühlen auch wieder in den Fokus kommt. Aber es gehört eine Mischung her. Also ich kann nicht nur einfach passiv sein, sondern ich muss auch genauso das männliche Leben. Und heute schauen wir mal, was brauchen wir oder was brauchst du, um deine Gefühle leben zu können. Gut. Und dann gehen wir jetzt mal gleich mal an. Also schließ mal deine Augen bitte. Und atme mal tief ein. Und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Und erlaube dir jetzt mal, ruhig zu werden. Und Ruhe ist um dich und Ruhe ist in dir. Und in diese Ruhe sinkst du hinein. Du erlaubst jetzt, Ruhe zuzulassen. Und Ruhe ist um dich und Ruhe ist in dir. Es gibt jetzt in diesem Augenblick nichts zu tun, nichts zu erreichen, sondern du bist absolut bei dir, absolut in deiner Ruhe, in deiner Mitte. Erlaube dir jetzt mal, die Ruhe einladend zu gestalten. Vielleicht die Energie der Ruhe heller zu machen. Oder wohliger. Auch wenn Ruhe natürlich mit der Nachtruhe in Verbindung ist, erlaube dir mal, dich hier wohl zu fühlen. Und in diesem Status, in diesem ruhigen Status, werden erstmal alle sinnlichen Eindrücke abgeschaltet. Das heißt, es ist absolute Ruhe. Du hast keinen visuellen Reiz. Du hast keinen Hörreiz. Nichts. Keinen Geschmack. Du bist einfach absolut ruhig und in der Stille. Und diese Stille erlaubt dir nun, dich selbst mehr zu entdecken. Was ist in der Ruhe, in der Stille gespeichert? Ist da vielleicht Trauer gespeichert? Ist da irgendwo Stress gespeichert? Und alles, was in dieser Ruhe jetzt hochkommt, sind alte Gefühle, die gelöst gehören. Und die Lösung ist das Loslassen. Die Erlösung, das Loslassen. Und diese Energie der Erlösung, des Loslassens, fließt jetzt an die Stellen, an die Emotionen, die du jetzt vielleicht wahrnimmst. Alte, gespeicherte Gefühle und Emotionen werden jetzt frei. Und das darf sich auch lösen. Und erlaube dir jetzt, diese Erlösung in dein ganzes System fließen zu lassen. sodass diese Ruhe ein Raum wird, wo etwas Neues erwachsen kann. Du kannst dir deine Gefühle vorstellen wie einen Malkasten mit Wasserfarben. Und vielleicht erinnerst du dich dran, wenn du schwarz in die eigenen, in die einzelnen anderen Farben gegeben hast, ins Rot rein und so weiter, dann werden die Farben, verlieren die ihre Reinheit, dann werden die schmutziger. Dann werden die vermischter. Dann sind die nicht mehr klar. Und du konntest das mit den Wasserfarben natürlich korrigieren oder bereinigen, indem du sie unter das fließende Wasser löst und so die einzelnen Schälchen quasi abgespült hast. Dann haben die wieder die Farben ihre Strahlkraft erhalten. Und genau so geschieht es jetzt mit deinen Emotionen, mit deiner Gefühlspalette. Dort, wo sich vielleicht Stress reingemischt hat in die Gefühle, wird dieser Stress rausgewaschen. Dort, wo sich Pseudo-Gefühle wie Pseudo-Liebe oder Pseudo-Heiligkeit und Dankbarkeit festgesetzt haben, werden diese Gefühle rausgewaschen. Und du spürst, wie du leichter wirst und du spürst, wie du klarer wirst. Und überleg dir mal, wer waren denn die großen emotionalen Lehrmeisterinnen und Lehrmeister in deiner Kindheit? Deine Eltern? Haben die über die Gefühle gesprochen oder wie haben die gefühlt? Deine Großeltern? War dieses weiblich-passive wichtig in deiner Kindheit oder eher nicht? Und du spürst, dass da vielleicht ein paar Themen noch stecken aus deinem Emiliensystem, die du emotional gespeichert hast. Und du bittest jetzt darum, dass diese Themen sich lösen dürfen. Und eine hellorange Energie fließt jetzt in dich ein und das ist die Energie der Leichtigkeit. Und darin enthalten ist aber auch so eine Traumalösung, eine Schocklösung, das, was dich vielleicht zu sehr beeinflusst hat, dass sich das lösen kann. Und erlaube jetzt mal, dass diese Frequenz da einfließt in dich. Und dass du so deine Ruhe, deine Passivität noch mehr integrieren kannst. und dass sich deine Wahrnehmung dadurch auch erweitert. Du wirst freier und klarer und auch unbeschwerter. Emotionale Etiketten, die du an Ereignisse geheftet hast, transformieren sich. Und so kannst du diese Vergangenheit hinter dir lassen. Emotionale Etiketten, die du an Personen geheftet hast, transformieren sich. Und so kannst du auch diese Personen aus deinem Raum entlassen. Es ist dein Gefühl. Es ist deine Wahrnehmung. Diese Wahrnehmung, dieses Gefühl ist unter deiner Kontrolle. Keiner kann dich ärgern oder dich kränken oder dich verletzen, wenn du es nicht zulässt. Also wenn du in der Kontrolle bist, deine Gefühle, dann bist du nicht mehr Marionette von Emotionen anstößen von außen. und atme dieses Bewusstsein mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus und erlaube dir in deine erwachsenen Energie einzutauchen. Ins Hier und Jetzt Du bist die Herrin oder der Herr über deine Gefühle. Und nun erlaube dir die Emotionen hervorzuheben, zu trainieren, die du gerne fühlen würdest oder mehr erleben würdest. Vielleicht Liebe, vielleicht Leichtigkeit, Freude, Dankbarkeit. Halte jetzt ganz bewusst inne und überleg dir jetzt mal ein Gefühl, dass du mehr spüren möchtest. Und spüre, wie du das sofort aktivieren kannst. Atme jetzt mal tief ein und wieder aus. Und spüre jetzt, wie eine tiefe Zufriedenheit sich manifestiert. spüre diese Ruhe, diese Klarheit, diesen Frieden. Und atme noch mal tiefer hin und wieder aus. Und dann bedanke dich bei der geistigen Welt für die Hilfe und Unterstützung. Und erlaube jetzt auch noch mal deinem inneren Kind ganz klar zu machen, du musst nicht traurig sein, du musst nicht wütend sein, du kannst deine Gefühle kontrollieren und du kannst positive Gefühle fördern und negative Gefühle reduzieren. Und ich bin an deiner Seite, um dir dabei zu helfen, dich dabei zu unterstützen. Also du selbst bist an deiner Seite, in deiner Kraft, um dich dabei zu unterstützen. Atme tief ein und wieder aus. Spüre, dass dein Unterbewusstsein auch diese Botschaft annimmt und dass da ganz viel Erschöpftheit, Traurigkeit noch mal abfließt aus deinem Unterbewusstsein und dass du klarer, freudiger und entspannter bist. Und dann streck dich mal durch, bewegt deine Arme und Beine und komm genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und wenn du dich wieder gut fühlen kannst, dann öffnest du deine Augen. Wie ist es dir gegangen? Wie war der Unterschied auch zu der männlichen Energie vom letzten Mal? Im nächsten Teil und letzten Teil dieser Reihe werden wir dann männlich und weiblich noch mal zusammenführen, so diesen Tanz der Energie noch einmal besser spüren. Ich freue mich auf deine Kommentare, natürlich auf einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und bis bald aus dem wunderschönen Lenz, dein Oliver Ernie. Tschüss. Musik 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 Vielen Dank.